hallo ihr lieben film läuft wir auch warum eigentlich warum laufen wir machen wir das weil wir uns selbst was beweisen wollen weil wir schneller und besser werden weiterkommen wollen um uns mit anderen zu messen laufen wir um abzunehmen für die strandfigur um fit im alltag zu sein mag sein dass dies unsere offensichtlichen motivation zum laufen sind ich selbst bin auch sehr ehrgeizig und arbeite ständig an meiner kondition aber tief in mir drin weiß ich es ist was anderes ich genieße es ich sehne mich nach den momenten beim laufen dabei zu sein wenn die sonne die erde küsst ich liebe die momente wenn ich gar nicht tief genug einatmen kann um die herrliche frische luft am morgen oder am abend zu spüren wenn ich der natur wahrhaft begegne das gefühl habe eins mit ihr zu sein ich bin dafür gemacht dort draußen zu sein das spüre ich ganz genau bei meiner waldrunde meiner natur um den see meinem dreh ran auf den berg ich brauche das um den kopf frei zu bekommen um mich gut zu fühlen ja gewissermaßen auch um glücklich zu sein mein herz wird beim laufen nicht nur beansprucht es hüpft dabei vor freude ich bin süchtig danach ich bin ein lauf junkie die vorfreude auf eine neue strecke der spaß während des laufens und das herrliche gefühl nach meiner aktivität vollgepumpt mit sauerstoff den restlichen tag zu genießen das ist meine wahre motivation deshalb laufe ich geht es euch auch so ich bin im Untertitelung des ZDF, 2020